Mein Leute, hier ist der neue Flur aus dem Original. Viel Spaß mit meinem Video. Ich muss sagen, ich habe es nicht vermisst. Ich fand es echt wunderschön, mal Ruhe zu haben, ganz ehrlich. Ich probiere es selber mal aus. Es ist einfach mal schön, mal Ruhe zu haben. Ohne irgendwelche Anrufe und Nachrichten und sonst was. Ja, also ich mache es mal aus. Und dann gucken wir mal, was da alles reinkommt. Ähm, so. Jetzt sucht er Netz. Und jetzt gleich muss er es haben. Und dann muss ich mal besparen, was da alles reinkommt. Machen wir Ton an kurz. So, und dann müssen wir mobile Daten einschalten. Und du nix. Und dann mal gucken, was alles reinkommt. Aber überhaupt, was kommt. Hehe. Ja. Telegramm und WhatsApp. Ich glaube ich auch schalten, in der Richtung. Darum kommt auch nix. Ich guck mal, ich wollte ja nicht reden. So. Wo habe ich denn? Wende von Rotz. YouTube kommen auch viele. Äh. Äh. Ja. Gut. Wollte aber Kamelage und das. Mal gucken, wie viele Nachrichten. Äh. So. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das geht eigentlich, also. Hätte ich ja mehr erwartet. Aber okay. Gut. Ja, auf jeden Fall, es war echt schön. Das kleine Experiment zu machen. Werd ich wahrscheinlich öfter mal machen. Ja, genau. Ja, das war's. Na ja auch schon. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's.